Hallo und herzlich Willkommen zu Berg-To-The-Baste-Claiming von und mit Kampunga FIT. 28 Tage lang haben wir jetzt gemeinsam trainiert. Heute ist sein letzter Tag und ich freue mich auf eine schöne Kardiokraft-Einheit. Ich habe Unterstützung hier heute holen müssen. Die Josephine ist wieder dabei, denn wenn ich danach schlapp mache, macht die Josephine einfach weiter. Gut, ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim Wegmachen und es geht auch gleich los mit den Jump Scissors. Die letzten Sekunden. Und es gibt keine Pause heute. Das heißt, es geht gleich weiter. Wir tauchen da unten ein, laufen nach vorne, halten, laufen zurück und du richtest dich auf. Runter, vorne laufen ins hohe Bett und zurück. Und die Zeit ist schon wieder auf. Junk Scissors mit Squat. Eins, zwei, drei, vier, runter. Letztes Mal. Gut, schön die Beine kurz auf. Wir gehen wieder nach unten ins hohe Bett. In die Pusher und hoch. Nach vorne. Super. Arme bei der Runde zurück. Los. Ja, aber oben bleiben, ganz kurz schütten. Wir gehen gleich wieder nach unten ins öffnen und schließen. Und schließen. Super. Super. Und runter in die Black Position. Halten Sie sich. Becken ist einfach hoch. Abschließend. Und wieder nach unten. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Jetzt bin ich zu einspringen. Und wieder hoch, ab und schießt. Super! Und nach oben, Seilsprinke. Bis wir auch so tief anbeziehen. Ja, jetzt kommen wir nicht allein. Gut. Dann gehen wir in den Squat. Double-Half-Squat. 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 Jede Übung ist 30 Sekunden lang. Insgesamt haben wir 14. Gut. Kurz locker ausschütteln. Lunge mit rechts. Beißen. Beißen. Letztes Mal. Gut. Ganz kurz locker. Bein leicht gegräpscht. Eins, zwei, drei, vier. Trauchen. Eins, zwei, vier. Andere Seite. Eben, Eben, Aben. Letztes Mal. Linkes Bein nach vorne. Lunge mit links. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe schon vorher. Da hast du jetzt ein bisschen gegräpscht. Dann machst du jetzt ein bisschen recht. Okay. Dann ist das alles. Letztes Mal. Kurz ausschütteln und ich muss strecken. Wir gehen in den Schlegsitz. Streckte Beine dann nach vorne. Überkreuzen. Die Hände liegen locker auf. Du kannst sie aber auch überkreuzt vor der Brust aufsetzen. Aufsetzen. Linker Arm nach hinten. Zieh ran und lang. Ran und lang. Das darfst du auch gerne ohne Arme machen. Die letzten Sekunden laufen. Füße aufsetzen. Und du hast es nicht nur für heute geschafft, sondern du hast die 28 Tage Transformation abgeschlossen. Die Videos findest du natürlich weiterhin auf unserer Homepage. Ich freue mich über euer Feedback und hoffe, ihr hattet heute ganz viel Spaß. Geschafft. Dankeschön. für euch. Vielen Dank.